ok gut dann ist mal noch mal ganz kurz irgendwie gucken ob wir sonst irgendwo noch ein filmbild freigeschaltet haben kann ja sein vielleicht wieder im kühlschrank hier haben wir auch erst mal nichts freigeschaltet ok ok erst mal kein bild freigeschaltet okay gut dann kann ich erst mal die spielmarke einsetzen ok da habe ich nicht richtig getroffen ok klicke auf einen der knüpfe um die farbe der lampen zu ändern schalte alle lampen so dass sie violett leuchte okay dann wollen wir mal das ganze ausprobieren obwohl ist er gar nicht so schwer hoffe ich zumindest so sieht bis jetzt gut aus ja dann könnte ich gleich glaube ich als nächstes als nächstes erstmal violett machen genau dann rot würde ich mal sagen und dann anschließend erstmal blau dann gelb dann grün und dann violett ja dann habe ich es sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut aber wir brauchen ja zwei das ist ja jetzt das doofe na jetzt brauchen wir eine grüne marke ok tja die frage ist jetzt nur wie ich das bekomme ja ich gehe nochmal alle optionen durch also hier brauche ich ja nicht mehr hin da habe ich ja alles ja hier brauche ich noch die anderen zwei christshandel also brauche ich hier erstmal nichts machen oder ich mache mal kurz hier einen wechsel ne hier gibt es auch erstmal nichts ok oder kann ich eine schon mal einsetzen ja ok aber mir fehlt noch etwas ein Tresor wie diesen habe ich noch nie gesehen ich muss das fehlende Teil finden jo dachte ich mir schon tja ach hier bräuchten Hebel ok gut ja wieder ein ganz kleiner Fortschritt was ist das hat hier jemand eine Tür vermauert anscheinend ah da haben wir einen Zeiger aber ich brauche bestimmt zwei diese Leiter lässt sich nicht einfach wegnehmen ich glaube ich muss sie abschrauben ja mit einem Schraubenschlüssel mit Sicherheit ok machen wir jetzt mal hier das Wimmelbild ein Weidenkorb eine Kugel ein Bock drei Elefanten ein gerahmtes Foto da muss ich irgendwas machen eine Sonne eine Libelle eine Reißzwecke ein Schmetterling eine Kerze eine Umhängetasche und ein Buch ok da unten haben wir schon mal den Schmetterling ein Elefanten ein Elefanten da haben wir den Weidenkorb ah gerahmtes Foto ah ja super da haben wir die Umhängetasche da haben wir den Bock da haben wir das Buch und die Kerze da haben wir da den zweiten Elefanten und da haben wir den dritten da haben wir die Reißzwecke die Sonne die Libelle und jetzt fehlt mir noch eine Kugel die da ist jawohl ein Speer der da ist gut äh ich weiß jetzt nicht brauche ich den jetzt hier ne dann weiß ich aber trotzdem wo ich ihn eventuell einsetzen kann und zwar hier in der Höhle wahrscheinlich beim Stein jawohl um eine Bahn Schwelle und können endlich rüber wie kann ich diese Lure hochheben vielleicht nicht schnappen nein die Spitzhacke könnte sich als nützlich erweisen aber ich wie bekomme ich die Lure von ihr herunter ah da haben wir ja eine Schraubenschlüssel tja da brauche ich ein Rad ne ähm nam 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 hier war das genau dann habe ich erstmal die Leiter sehr gut und da weiß ich auch schon wo ich ihn einsetzen muss und zwar hier ach Gott oh Gott okay da haben wir erstmal ein Wagenheber oh Gott ich kann keinen An-Ausschalter entdecken okay hier wird mir eine Kurbel helfen mit Hilfe des Flaschenzugs kann ich dann das Rohr hochheben okay der Affe wird nur mit Batterien laufen okay ah ein Wimmelbild sehr schön ein Pinguin Sushi Frosch drei Orangen eine Schneeflocke Weintrauben Paprika eine Aubergine Kirscheiscreme da muss ich was machen eine Himbeere Nudeln und Kiwi oh lecker alles so leckere tolle Sachen da haben wir jetzt Frosch da haben wir eine Orange da haben wir die Nudeln die Schneeflocke dann haben wir hier den Weintrauben die Paprika da hätten wir das alles das fehlt mir nur die Kirsche die da oben ist oh lecker yum 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 lecker sowas liebe ich ja da haben wir die Kiwi da haben wir die Himbeere oh der süße Pinguin der sieht süß aus da haben wir die Aubergine äh Sushi haben wir da oben da haben wir noch eine Welt wo wir auch rauchen aber jetzt fehlt mir noch eine die da ist oh lecker Käse ja mit dem Käse weiß ich ja eigentlich auch schon vorheben ähm Moment jetzt muss ich nur den Ort finden nee Quatsch wo war denn das jetzt hier ja muss ich jetzt mal wieder den Raum wechseln hier Maus bekommst Käse von mir und dafür bekomme ich die grüne Marke die grüne Spielmarke sehr gut kann ich ja direkt hier einsetzen klicke auf einen der Knöpfe um die Farbe der Lampen zu ändern schalte alle Lampen an sodass sie orange Farben leuchten ah diesmal orange okay ja fange ich mal irgendwie mal an eigentlich ist das gar nicht so schwer so die Art von diesem Rätsel also sowas liebe ich auf jeden Fall ja da haben wir es ja auch schon gleich ja das war's alles klar und dann bekommen wir noch eine weitere Münze sehr gut ähm genau hier und bekommen ach den Ein- und Ausschalter super danke dafür ah ja und haben direkt wieder ein Wimmelbild freigeschaltet sehr gut ähm ein Korbgriff hier wo die süße Katze drin sitzt eine Glocke äh da oben ein Sattel da wo das Pferd ist ja ein Fisch da wo die anderen liegen ein Bleistift da wo die anderen Stifte sind ein Drache da wo der andere ist oder beziehungsweise die anderen die sind ja mehrere ein Seiteninstrument vielleicht die Pumpe hier ja das hört sich ein bisschen schräg an ein Rad äh hier vielleicht also da okay ein Flugzeug ah ne Quatsch nicht Flugzeug Feuerzeug da hab ich mich jetzt verguckt Entschuldigung da wo die Pfeife ist ja eine Kanonenkugel und ein Porträt da hat's gerade Roms gemacht na so jetzt aber okay jetzt muss ich den Griff irgendwo benutzen aha hier vielleicht Tatsache und bekommen eine Korbel und das ist klar Untertitelung des ZDF, 2020